Der Tiroler Dichter Herbert von Gillen schrieb um 1850. Im Buch der Geschichte könnt ihr lesen, dass jede Tat zuerst Gesang gewesen. Unter diesem Leitsatz strömen damals wie heute die Männer des Gesangsvereins Schlanders zweimal wöchentlich aus nah und fern zusammen. Auch wenn einer manchmal zu spät kommt, hört seit zehn Jahren alles auf weibliches Kommando. Am Anfang war das ziemlich ungewohnt für uns Männer, nicht von einem Chorleiter auf eine Chorleiterin. Und sicher waren bei uns auch ein paar Spitzbuben dabei, aber sie hat das ganz geschickt in die Hände genommen und die ganzen Sachen ausflottet der Regel, sage ich jetzt einmal. Es ist ein Verhältnis Chorleiter-Chor, ob Mann oder Frau spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ein Chorleiter braucht Geduld und Einfühlungsvermögen und die Sänger melden viel, was sie gerne hätten an Literatur und ob ihnen der Probenstil passt oder nicht. Und dann hat man sich einig. Aber ob Mann oder Frau davor ansteht, spielt keine Rolle. Für viele ist der Chor zu einer zweiten Familie geworden. Ich bin jetzt 35 Jahre dabei und ich hoffe, jede Woche Skiern hinzugehen, man lässt alles hinter sich und wenn man bei der Probe ist, dann ist man einfach in einer anderen Welt und man kommt nachher zu einem Glas zusammen und singt weiter im Prinzip, was man vorher gelernt hat. Im Chor ist man in einer Gruppe, in der man mit den gleichen Stimmen oder auch mit unterschiedlichen Stimmen singt, um zu entspannen, um vielleicht den Stress von Alltag hinter sich zu lassen. Manchmal braucht es weibliche Intuition, um den Chor zu bändigen. Es gibt schon, wenn man ein Lied auflegt, was nicht so beliebt ist, dann muss man schauen, wie man es beliebt macht. Und das ist das Besondere an einem Lied, dass das rüberkommt und dass es die Sänger dann mit Herz und Seele und Verstand singen können. Weil wenn sie nicht überzeugt sind von dem, was sie singen, dann geht es auch aufs Publikum nicht über. Und das hat man nicht überzeugt von dem, was sie singen oder auch mit einem Moment geplant haben und dass es nicht soistymadı wird. Untertitelung des ZDF, 2020